Die Architektur hilft vor allem, erst mal ein Staunen zu erzeugen. Es ist nicht irgendein Gebäude in einer Fußgängerzone, sondern es ist dieser riesen Gendarmenmarkt, deutscher Dom, französischer Dom. In der Mitte thront das Konzerthaus, man geht die Treppen hoch, man kommt hinein und es ist schon direkt ein positiver Effekt. Die Geherinnen in den großen Saal, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir das gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Ich habe gesagt, also wenn, 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 wenn meine DDR nicht einmal den Arsch in der Hose hat, was Eigenes zu machen. Und nicht immer nachäfft, was die anderen machen. Und wenn eine eigene Kurs ist, dann kann der Eier einen Dreck alleine machen. Ich weiß es nicht, aber ich habe gewütet. Ich war außer, also ich habe... Musik 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 Vielen Dank.